Guten Abend liebe Freunde und herzlich willkommen zu Let's Play Gary's Mod Horror Maps zusammen wieder mit den... Komm, zack. Silent Crafter. Nein, Silent Crafter. Ich guuut. Ich pass. Das ist dein Name. Ja, okay. Wollen wir den Knopf betätigen? Bevor wir den betätigen, wir sind gerade hier in dieser kleinen Lobby. Da steht, be sure that everybody in this room before starting the game, to start the game, press the button, have fun. Und hier steht es genau das gleiche. Diesen super kleinen Button. Nee. Yeah. Okay, ich nehme nur deinen Namen vor mir. Oh. Okay. Ist ja sehr einladen auf jeden Fall schon mal. Ich habe keine Taschenlampe. Hört. Dann mache ich es ja auch mal aus. Komm mal hier. Okay, hier geht es nicht weiter. Warum bin ich zu langsam auf einmal? Komm hier nicht. Warte mal. Doch, du komm mal lang. Hä? 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 Okay. Okay, das ist... Das ist... Nee, verstehe. Die Tür geht nicht auf. Haben wir hier ein Dings hier? Die Tür? Eine Lampe. Achso. Äh, ich lasse einfach mal die Taschenlampe aus. Meinen Sie will gut. Okay. Ich lasse einfach mal die Taschenlampe aus. Da lang? Ja, ich weiß nicht warum. Bei mir geht es jedenfalls nicht. Hier geht es auch nicht lang. Das ist das erste Mal, dass man einen Eingang sieht, aber dort eine unsichtbare Wand ist. Da ist ein Lüftungsschacht, der ist vor. Den können wir ja nicht öffnen, weil das hier wo eine Kurve. Hier vielleicht. Oh mein Ohr. Äh. 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 Lauf. Quick into the wind. Äh. Wusste ich auf jeden Fall. Pfff. Es ist gar nicht so richtig gruselig, weil es soll ja eine Horror-Map sein. Blanke Horror sein. Ich sehe einfach wirklich nicht. Ähm. Copy that, ja. Ich copy euch auch gleich. Ey, geile Tastatur. Total geil. Sag da geben wir mal nicht lang, weil von dort sind sie in den Sinn gehabt. Kommt durch. Ja, alles in Ordnung. Okay, weil... Alles, alles gut. Ich geh mal hier lang. Hier ist nichts. Wie ich mein? Na, wir können hier rein. Gehe Dokumente, kaputt, Computer, Schade aber auch. Äh, ja, ich sehe es, habe ich genauso wenig, oder? Äh, ja. Hier ist fucking dunkel. Hat man auch nicht. Also hier wäre gekommen, oder? Nee. Ich sehe, du warst nicht nur mal. Alter. Okay. Manfred, Mannfred. Nee, ich gehe jetzt noch mal weiter. Aber wenn das ist ja mich, das ist ja auch nicht. Das war eigentlich irgendwas drin. Das war irgendwie Kitt. Okay, sind wir hier. Kann man das öffnen? Hier ist eine Kassette. Können wir die vielleicht mitnehmen? Äh. Ja, block mich, genau. Alter, was ist denn das gewesen? Ja, gut. Okay, hier können wir auch nicht rein. Ja, okay. Dann würde ich sagen, wir gehen einfach mal wieder zurück. Vielleicht ist es die Keycard, oder? Warum kann ich jetzt schon wieder nicht schnell rennen? Ich kann auch nicht mehr rennen. Das ist nicht gut. Ja, ich laufe da mal schnell alles zu. Tschüss. Ich muss springen. Geh mir rum zu springen. Was ist denn hier los, Alter? Das ist der Horror in dem Spiel. Überall explodiert was. Alter. Warte, soll ich dir mal ein Chuck Norris-Kräfte zeigen? Ja. Ja, das mache ich auch immer auf der Arbeit. Wenn ich welche hätte. Okay, das war kein Combine, das habe ich mal gesehen. Das reicht auch, dass ich das sehe. Jetzt da, können Sie zu find light switch. Ach, echt? Also ich glaube, nicht zu switchen ist. Hör doch mal auf hier mal was zeigt. Was das denn? Das ist die Leiche. Wir haben mal hier lang. Sieht leicht verdorben aus. Leicht. Also es ist jetzt auch mal so langsam wie du. Ich will so eine extra Taste dafür. Smoky, every day. Weißt du, wenn es so dunkel ist, dann ist es schon gar nicht mehr gruselig. Dann gehe ich einfach so lang und so alles schillig. Was ist denn das mit dir passiert, ey? Guck mal. Der beste Freund hier. Der hängt hier einfach so ganz lässig. Okay. So, hier kann man ein bisschen zocken. Äh, the door is locked. Okay. Was ist denn das? Wer ist denn das? Siehst du, der ist ein special in the dream. Was ist denn das? Ey, ich lege es mal ganz kurz zusammen. Ja, wow. Sieht aus, wie... War mir in eine andere Richtung geschworen? Sieht aus, wie in die Augen, weil sie aus den Schraumschlüssel kommen, ja. Alles gut, hier war noch Gas. Das bin ich genau so langsam wie du. Geil. Ja, hier ist aber ein Schraumschlüssel. Warte, kann man den da verwenden? Boah, ich bin der Gott. Wow. Wow. Ja, das muss man auch erstmal... Das wäre vielleicht... Ich denke, dass da hinten jetzt... Das wäre aber sowas, finde ich. Wir sind da... Hey! Kann ich da jetzt draufdrücken? Hier ist aber... Ach, nee, ist kein Schloss. Ich dachte. Kann ich da jetzt bitte draufdrücken? Sind wir jetzt im Weltraum oder wo ist denn der? Kommt da jetzt so eine Kombine? Nee, okay. Alter, das ist so fucking dunkel hier. Hier ist ein Schlüssel. Ich laufe einfach nur noch. Nimm du mal den Schlüssel. Ich hab dich schon genug getragen hier. Nimm du mal jetzt mal den Schlüssel. Immer muss ich einen Schlüssel nehmen, ey. Ja, und ich sage immer die Werkzeuge. Der Werkzeugmeister. Alter, ich sehe nichts. Ich sehe einfach nichts. Du hast ja jetzt mal ein Licht, weißt du. Ich hab gar nichts. Wann ich eigentlich durch? Nee. Nee. Äh. Scheiße. Ähm, Moment mal. Alter, okay, der liegt noch da. Ich dachte, der wurde weggezogen. Ich weiß, hier fliegt mir gleich wieder irgendwo ein Laich in die Fresse. Ja, natürlich. Aber du musst einfach denken, dass das so passieren wird. Das ist doch nicht wundervoll. Ja. Ich meine, wir wissen doch, dass das passieren wird. Das ist doch rein logisch. Natürlich passiert jetzt nicht. Okay, die sind es logisch. Ja, was braucht man dafür wohl? Hm, ein Schlüssel, glaube ich. Oh, Server. Das ist nicht gut. Hier kommt bestimmt irgendwas. Aber hier kann man den Strom wieder anschalten. Moment mal. Kommt da gerade so eine Leichterinnerung hoch? Dass hier irgendwelche Sachen rumfliegen gleich? Ich weiß es nicht. Könnte ich auch verwechseln mit einer anderen Map. Mhm. Okay. Ja, du bist der Stromanschalter. Ja, Strom heißt das. Okay, haben wir jetzt alle aktiviert? Ja. Ähm. Ähm. Okay, ich habe hier eine Taschlampe. Ja. Ja, was? Oh, ich wollte gerade sagen. Okay, das ist nicht geliefert. Das Geräusch war trotzdem gerade nicht so einandernd. Komm, geh du jetzt mal vor hier. Ja, ja. Ich bin schon genug vorgelehrt. Ja, bitte. Könnte ich mal meine Skin ändern? Ich bin hier die ganze Zeit typisch mit dieser... Was? Welcher Körper lag denn hier? Er lag ja da vorne ein Körper. Weißt ja, wo du... Ähm, ja. Rücknummern wir nachher machen. Das ist alles für dich. Ey, du kannst ja dann mal deine Skin ändern. Könntest du da kombin bleiben oder mit mir zu sein? Ja, ich ändere den in der nächsten Folge dann mal. Aber damit ich dann mal auch so ein ganz normaler... Ja, weil hier war ja das Licht. Da können wir ja nicht hierhin lang gehen. Nein, ich hätte ja eine Taschenlampe gehabt. Aber egal. Ja, ich ja eigentlich auch. Aber ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder ob das so sein soll. Äh. Das ist nur einer, der gute ist. Ja, das würde ich auch sagen. Ihr wollt doch nichts tun, oder? Ihr seid lieb. Ihr seid... Ey, guck, ich habe auch gekommen. Ihr seid nicht lieb? Nein! Äh. Ihr habt doch mal angezögert. Nein. Nein, das ist ja... Das wäre die einfachste und schnellste Web gerade eben. Weißt du was, hängen wir einfach den Zeitenteil hinten ran, oder? Wie lange gingen die jetzt hier auf? Sieben Minuten eher. Sieben Minuten gehen wir euch hier nicht ran. Ja, machen wir die Zeit noch. Müsst ihr jetzt eigentlich laden, dann. Ja, bitte, dass wir es gespielt haben. Aber so die Auffassung fand ich ganz cool eigentlich. Ja. Problem ist ja einfach, ich kann nicht schneiden. Jetzt wisst ihr das ganze Join hier noch mit aufnehmen. Mir egal. Ich bin hier ungeschnitten. Ich bin hier real hier. Ich bin realer Logitube. Ich kann mir vorstellen, dass wir im zweiten Teil noch die Erfahrung mit diesem anderen Feeder machen werden, weil da ist doch irgendwas lang gerannt. Ja, machst du da mal weiter hier das Spiel? Ja, ich glaube, du musst die neue Map starten. Weil ändere mal davor deinen Charakter und ich werde hier zu CSGO eingeladen, Alter. Ey, ich spiele dieses Spiel nicht mehr. Ich sage euch mal eins. Ich habe mit CSGO aufgehört, weil es mich einfach nur abfuckt. Weil ich habe wirklich so oft treffe ich da irgendwelche Hacker. Ich habe einfach keinen Bock mehr auf das Spiel. Und ich habe ja so lange kein Matchmaking mehr gespielt, dass ich sogar mal keinen Rang mehr habe. Mir ist zu, ich mache mal aus lange, weil einfach nur so eine Runde Matchmaking. Ja, schaust du die Map? Ja, warte. Ich ändere gerade noch meinen... Ja, ich lefte da mal vom Server. Da. Ich kann dir sogar hier meine Elsons vorstellen. Ach ja, es wird kommen doch bald mal wieder in SCP-Roleplay. Haltet ihr euch schon auch mal freuen. Sogar eine neue Map wird da sein. Achtung. Nein, doch. Kusch. So, es lädt. Ich habe ja mal diese Abduktet-Map, die werde ich dann keine Ahnung wie spät irgendwann das spielen. Sogar Abduktet 2. Hier ist sogar The Running Man Chapter 2, das ist dieses Auto da. Genau, die lade ich gerade. Hier habe ich sogar ein paar Grafik in uns wie Purple Lensfire oder Live-Mod, ein bisschen mehr Texturen, sogar eine Map habe ich hier, so ein Swept, damit ich kicken kann. Natur-Mod, more Post-Effects, okay. Haben hier sogar Drain Slide-Entities, viel mehr Ultra-Effects. Du kannst kommen. Ja, wo bin ich denn hier? In einem schönen Anwesen. Bist du wieder in dem gleichen Raum, wo wir das am Anfang gestartet haben? Nee. Ich bin in einem wirklich schönen Anwesen. Noch schönen. Und da draußen ist Nebel, verdammt doller Nebel. Sag schon komplett. Na, was ist jetzt auf mein Handy? Handy ab nebenbei. Ich glaube so drei bis, irgendwann wird das hier extra lang, nur weil ich einfach hier länger aufnehme. Also in dem Raum hier ist es auch nicht mehr noch aushaltbar, sehr schön eingerichtet. Okay, ja, das ist eine kleine Info, oh Gott, spult einfach vor, spult einfach vor hier. Aber ich war ja schon. Ja, bei mir nicht. Ich habe hier ein paar Mal in meinen Videos geschnitten, ich glaube das war in ein, zwei Videos und dann, weil das war ja natürlich wieder so ein Schnittprogramm, was ich installieren kann. Achso, ja, angeblich kostenlos testen. Na, das muss, dann muss ich erstmal zahlen. Wenn dann mich ich weiter nutzen kann, dann dachte ich, nee, ich zahle jetzt nicht, ich vergiss jetzt dieses Aufnahmeprogramm. Tschüss. Oh nein, ich mache keine Eins zu uns, oh okay, ich bin drauf. Wo sind wir? So, in einem schönen Anwesen, wie ich schon gesagt habe. Oh mein Gott, du bist so ungläudig. Oh, jetzt habe ich eine Taschenlampe. Wollen wir die benutzen oder wollen wir wieder ohne machen? Ja, dann machen wir mal bei der Taschenlampe. Oh, wir sind sogar schneller, juhu. Ja, also es sieht noch sehr schön aus hier. Wir sind richtig schnell, guck mal, wie schnell ich renne, Alter. Das ist, keine Ahnung. Ich bin Flash. Ja, okay, gehen wir mal. Ich wette, wir sind in irgendein Horrorhaus oder so. Ja, das sieht man auch schon. Gehen wir mal, allein dieser Gang ist ein normales Haus. Hä, wo geht's ja? Ende. Da steht da so, okay, da steht so, okay, diese Map kann ich weiter. Okay, da ist das Auto. Intro. Ich zerprank. Ich zerprank, Alter. All Sven, der Sven präsentiert. Ach so, im zweiten Part kommt jetzt also auch ein Present-Bildschirm, ja? Das ist, äh... Ach so, okay, erste Folge, also erster Part war anscheinend, so die Aufwärmung, das ist jetzt so die richtige, oder? Ja, okay, eigentlich ist es nicht der erste Part, das ist immer noch die erste Folge. Oh, nee. Komm, wenn wir ins... fahren Polizei oder was? Autos. Ich nehme mal an, dass Leute kommen wollen. Der... ne, the walking man. Ne, the walking dead, ja. Insgeheim, the walking dead ist es hier, insgeheim. So. Und plötzlich so, ich hoffe, das Intro hat euch gefallen, bis zur nächsten Map. Und stell dir vor, stell dir vor, so nach dem Intro, downloadet euch die dritte Map. Ich dachte grad, wir stecken ineinander, aber... Ey, du bist da durch die Brücke gefahren. Ja, durch die Dings, ich hab das gesehen. Fag ist, einer von uns ist jetzt der Autofahrer. Okay, da... Aber du bist ausgestiegen? Ich warte mal hier drin. Ey, da sind normale Autos langgefahren. Es gibt also noch normale Menschen hier. Was haben wir denn überhaupt... Objective, find a way out. Bin ich denn jetzt gelandet? Äh, ja, ich kann mich nicht bewegen. Ich jetzt, jetzt kannst du dich. Jetzt stecken wir ineinander, geil. Ah, okay. Okay, ich kann... Noclip kannst du, glaub ich, aktivieren oder nicht? Egal. Ich geh wieder da lang, weil ich vielleicht kannst ja... Ja, geil. Ja. Something is blocking. Komm, dann gehen wir mal hier rein. Screener Confirmer, schönes Licht. Ey, das würde... Würde ich dem Map jetzt nicht zutrauen, dass hier so ein lappiger Streamer von vorn kommt. So, krabbelt der so... So ein total schlechter, weißt du, so ein... Und das war's. Weil ich muss ja immer mal ein Straylogo hier platzieren. Platzieren, ne? Platzieren. Wir pinkeln nicht, wir sprayen. Okay, das kann ich... Ja, komm. Ja, das steht ja auch. Äh. Hier ist ein Hebel. Ja. Ich drücke gern Hebel. Es war schlecht, oder? War schlecht? Ich glaub schon. Oh, doch. Ey, es war gut. Also, irgendwie ohne Licht ist das noch fetziger, irgendwie. Geht nicht. Geh mal hier so ein bisschen. Das, was ist das? So ein Sprunggas, den man nicht benutzen kann. Okay. Ja, natürlich. Oh, jetzt sind wir noch wieder... So ist das ja alles. Hallo? Fahrn! Oh, mein Fuß! Okay. Ey, Mann. Was ist... Ähm. Da wird's schön rumgemacht. Na, wie geht's mit dir, deiner neuen Freundin da drin? Komm, hier rein? Geht's auch nicht rein. Okay. Also, hier ist abgeschmackt. Ja. Krieg'n Schlüssel. Ah, was sonst? Komm, irgendwie was abpumpen, mach ja. Das Licht ist jetzt natürlich... Ah, nee, das ist da. Hier geht's... Naja, okay, da passt der Schlüssel nicht rein. Wie passt der hier rein? Kann man das Licht umdrehen? Hier ist ein Klober. Oh, ich hab' nicht gesehen, dass man das aufmachen kann. Die müssen wir wahrscheinlich bei der Tür hier, oder? Kann man das... Weg? Stimmt. Okay, dann machen wir den Schlüssel. Warum hast du den hingelegt? Nee, nee, ich hab' den Schlüssel ja schon verwendet. Stimmen wir mal runter. Vielleicht oben. Nee, da drüben ist ja noch ne Doppeltier. Komm, versuchen wir's mal. Ja, äh, äh. Ich komme... Alter. Nicht so aggressiv. Find a way to open the door. Ja, warum... Tja, da... It seems there's one hand that's missing. Gehst du dort? Danke. Wenn jetzt hier was angesprungen kommt, das... Nee. Das muss nicht sein. Ja. Äh. Ähm. Screamer. Ähm, da kommt jemand. Findest du das schon wieder? Hä? Das bin ich? Nee. Ich hab' ein zweites Ich? Äh, äh, äh. Ähm. Warum bin ich immer derjenige, der stirbt? Äh, ich glaub, die Kommen sind immer noch böse auf uns. Ja, aber ihr habt doch gar keinen Revolver. Ja, das war eigentlich ne Diegel. Ja, nicht jeder hat immer ne... 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 die Liefpistole. Okay. Aber coole... coole Katzien. Ja, find ich auch. Das ist dein Bruder wahrscheinlich. Ja, aber scheiße man, nicht schon wieder. Muss ich wieder neun kriegen. Neun adoptieren. Wieder neun. Okay. Genio. Der dritte diesen Monat. Äh, hier ist... Das Missing End. Guck mal, jetzt geh ich dafür zurück. Und krieg dafür jetzt so... Jetzt plötzlich kommt so ein Diegelschuss. Äh, sehen sie es? Eigentlich... eigentlich wollte ich mir noch Klorolle mitnehmen hier, damit es dann... Damit mir nicht irgendwas... Feinliches passiert. Hat der im Maul. Spaß. Okay. Was hast du eigentlich grad mitgenommen? Ich hab... Ähm... Aua. Gefistet. Hast du mich grad gefistet, oder wie? Ne. Ne, das bin ich jetzt nicht nett von dir. Da hat jemand mit einem Schlag... Auf dich geschlagen. Dein Körper ist auf mich geflogen. Der war ja schon... Äh... Wo kommt denn ihr jetzt her? Weißt du, ich frag mich, warum erschießen sie denn einer? Bei uns lassen sie noch ja am Leben, ne? Gibt natürlich Sinn. Ey, der ist voll die Hacker. Ey, ihr habt voll die schöne Maske. Ich seh sie. Ich seh eure schöne Maske auch. Ja, das sind zwei Zündlingsbrüder da, als du noch... Als du noch Polizist warst. Warum waren sie bei dieser einen Zombie-Map nicht dabei? Spannung. Schwarzbildschirm ist immer am spannendsten. Ja, ja, ja. Oh. Wo bin ich? Ja, in dir. Ich bin in dir. So, kann ich Klobohne mitnehmen? Wie so viel Klobohne kann ich überhaupt... Äh, guck mal, ich kann einen Lüftungsschacht abmachen. Aber... Ich geh jetzt mit dem Lüftungsschacht hier mit, so. Okay, ich glaube, wir sollen ihn lieber wegnehmen. Ich hänge fest von mir. Ah, jetzt kann ich nicht durch. Ich tue jetzt hier hin, und da bleibt er so. Falls er den Lüftungsschacht zurückkommt, müssen sie jetzt eigentlich so in den Lüftungsschacht schicken. Na, der ist umgefallen. Na, der ist muss ihn... ...wischen schon überkicken. Okay, erstmal alles abschicken. Nicht einfach durchspringen, das ist ganz gefährlich. Ja, weil es ist immer so. Ich werde auch zu einfachen. Geht nicht. Geht nicht. Geht nicht. Ah, bei... Ich glaube, dahinter waren wir. Geht natürlich nicht. Wann kommt erstmal der erste Screamer? Geht nicht. No power. Ja, geil. Oh, ja, natürlich. Ganz auf einmal geht die Tür auf. Find a way to power the elevator. Oh, nee, das ist eine Lagerhalle. Ich habe schlechte Erfahrungen mit Lagerhallen. Ja, muss ich auch sagen, Alter. Ich sage nur estranged. Das war einfach das Schlimmste. Ach, kennst du das Spiel estranged auch? Ja, ich bin so... Ey, weißt du, wie ich ausgerastet bin in dieser Lagerhalle? Ja, ich kenne das. Ich brauche 30 Versuche, diese ganzen Leute zu töten. Aber hey. Aber hey, wir können hier nach oben. Ja, weil es ganz zufällig umgefallen ist. Ich bin durchgefallen, ich bin so gut. Wie wolltest du uns helfen, damit wir so in diesen komischen Schacht reingehen? Damit er mir in die Fresse springt, damit ich es dann wegtreten kann und verprüfen kann. Und hier sieht es aus nach irgendeinem... Wie sehen wir es? Sieht aus wie ein Toilettenraum oder so. So, ich komme jetzt mal hier auch ganz geschmeidig. Ich glaube, wir sind in einer Frauentoilette. Können wir hier nicht aufmachen, okay? Nee, aber ich glaube, wir sind in einer Frauentoilette. Hey, so sehe ich auch alles. Ja, eindeutig. Da waren auf jeden Fall ein paar Frauen, die ein bisschen... Also es ist auf jeden Fall... Oh, Alter, was ist das? Der hat Durst. Guck mal, der hat Durst. Der hat wahrscheinlich mit dem Kacken so eine Druckwelle gehabt, dass er da voll mit Schäden ging. Nee, ich sage, guck mal rein, der hat, glaube ich, Durst. Oh. Oh mein Gott. Und geht die Tür nicht... Ach so, man muss gegen die Tür laufen. Bei dem Typen könnte man hier wirklich einiges klappen. Aber was liegt denn da drin? Ja, guck mal, ja. Da liegt eine Kackbrust drin. Das ist ohne Witz. Guck dir das an. Komm, hier, Seite. Ja, mach die Tür mal auf, hier. Das war anscheinend, oder wie sieht es jetzt bei der Frauentoilette aus? Ja, natürlich ist hier alles sauber. Ey, das sieht hier voll geschmeidig schön aus. Schmeidig zum Klima ab. Nee. Oh, was ist denn hier? Oh, Zeitung. Und eine Tasse. Gibt es die auch auf? Ja. Hier ist irgendwas. Ich habe das gleiche Gefühl, dass hier nicht nur kommen, weil es... Da sind gerade ein paar gelätschen Essen. Ja, der hat nur Hunger. Hallo? Oh, gut. Der will nicht antworten. Hm, was haben wir denn hier? Hier gibt's ja Essen. Ich finde die im Kühlschrank einfach so bombastisch. Ja. Da gibt's hier dann. Ja, öfters mal. Die ist locked. Ja, deswegen... Kommen wir hier... Hier können wir rein. Warum erinnert mich das so? Das erinnert mich so an diesen Prolog von... Hier ist ja über Kackwürste drin. Ääääääääääää... Guck mal her. Das Spiel hat so viel Realismus. Guck mal her. Wo denn? Hi. Ich geh da mal, ne? Geil. Nein. Ähm, hinter dir hat sich der Schrank geöffnet. Weißt du an, was mich diese Phase erinnert? An Outlast 2. Jaja, das meinte ich auch, Karina. Okay, dieser Schrank hat sich geöffnet. Okay. Was steht denn da? You are not alone. Ähm. Warum klang das gerade nach SCP-173? Ja, hab ich auch gehört. Weil mich erinnert die Schrankphase echt an Outlast 2. Ja, wo dann die... Die war sehr schlimm. Die war widerlich. Ja, dann schau, ne? Jaja, schönen Tag, genau. Ich mach mir was... Okay, die Tür gehen auf. Ah, ich hab mir doch alles überlegt. Ich wollte... Hallo, machst du mal die Tür? Kollege, danke. Ah, na, na. Okay, ich will... Okay, sind wir hier. I might be a vent landing, äh, to this room. Irgendein Lüftungsschacht ist in diesen Raum gelandet. Okay, check ich nicht. Geht's hier weiter? Ähm. Ein paar Stühle, ja, das ist ganz normal. Den kann man mit. Ich nehme den mal mit. Stuhl. Stuhl. Ja, da oben ist der Lüftungsschacht, äh, interessiert. Ne, den Stuhl mit. Ist das nicht Schwul? Ne, ist keine Schwul. It won't open Shirt, okay. Müssen wir wieder einen Crowbar finden. Ja, die Frage ist, irgendwo ein Lüftungsschacht ist in irgendeinen Raum reingeknippt. Unlock the doors, okay? Also, weil wir wieder hier. Okay, ist hier vielleicht noch... Ah, mein scheiß Hose. Immer deine Hosen, ey. Immer diese Hosen, ist einfach schlimm. So, hier ist nichts. Auch nichts, überall blockiert. Mann, dann müssen wir extra zurücklaufen. Aber der Mann hat irgendwas vom Wendt gelabert, also irgendwas vom Lüftungsschacht. Vielleicht ist hier das im Lüftungsschacht, das ist neu. Da bin ich aber vorhin schon durch. Ja, ich weiß. Wenn er schon vom Lüftungsschächter labert. Aber gut, hier kommt man ja eh nicht durch. Er ist ja eh in dem Bad noch. Ein bisschen Blut, das ist ja nichts Neues. Was ist mit dem Lüftungsschacht hier in der Cafeteria? Ich guck mal hier noch. Ja, okay, der Typ hat hier nichts bei sich gehabt. Kannst du irgendwie den Stuhl herbringen? Vielleicht müssen wir, nee. Gargant müssen wir auch nicht mitnehmen. Okay. Also bring mal den Stuhl her. Was willst du mit dem Stuhl? Bring ihn einfach mal her. Bring ihn mal zur Cafeteria. Oh, der Stuhl nochmal, der war da hinten. Ich glaube ja. Dass unser Charakter nicht ein bisschen Gummi geben kann und gerade eben wieder in die To Speed ging, aber alle. Ja, echt eh. Okay, hier ist... Nee, wo ist denn der Stuhl jetzt hin? Ich glaube, ich habe da drin in dieser Lage. Halle geworfen. Da liegt der Stuhl. Ich richte ihn erstmal richtig auf hier. So, was ist hier nochmal gewesen? Hier war die Treppe, genau. Und bist du jetzt in der Lagerhalle? Ja, warte, ich will ihn erstmal kurz richtig richten. Okay, ich guck hier. Vielleicht ist ja auch irgendwas... Wir sind wahrscheinlich total bescheuert und irgendwas ist in den Schränken, weil die sind ja nicht umsonst aufgegangen. Ich wette ich mit dir. Geh mal aus dem Weg, 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 geh mal aus dem Weg. Ich bin gerade schwer beschäftigt, diese Schränke zu durchsuchen. Ich glaube, wir müssen vielleicht in diesen Lüftschach von dieser Cafeteria rein, aber ich habe keine Ahnung, wie wir wieder hochkommen. Na ja, Versuch ist es ja wert. Ja, man muss den Stuhl hier hinstellen. Kommt ich jetzt irgendwie hoch? Nee, das ist zu viel. Ich guck mal, hier ist das so eine unsichtbare Leiter, wo ich da hoch... Versuch dein Glück. Hallo? Dieses Mal, ne, wenn irgendein Familienmitglied von dir in dein Zimmer einfach so rein stimmt, ohne irgendwie davor anzuklopfen. Ja, das kenne ich. Komm mal hoch, in diese Lüftung schafft. Hast du es geschafft, ja? Ja, das war so eine unsichtbare Leiter. Den ist ich mal nach rechts gerannt. Mann, wie lange geht denn die Aufnahme schon, Alter? 26 Minuten. Das schaffe ich wahrscheinlich niemals, Alter. Gibt es hier noch irgendwas, was ich da hinstellen kann? Ja, hier ist diese ein... Okay, hier ist diese eine Lüftung, Strasse. Ich habe gerade eben auch diese... Geh gehört. Alter. Mann, geh da hoch. Ja, toll. Oh, guck mal. Hier schläft jemand. Ach, Mann, Alter. Das ist doch voll bescheuert. Gibt es hier noch irgendeinen Stuhl? Und dieses Vieh... War auch letztes Mal da. Also bei der... Bei der ersten... Beim ersten Part. Lock it. Oh, cool. Der hat mir eine Dose geschenkt. Und die kann ich nicht mal aufheben können. Ey, ich spring da oben immer gegen diese Scheißding. Ey, du sollst dich auf diesen verdammten Stuhl stellen. Ja. Jetzt sollst du da diese Leiter greifen. Oh Gott, das ist natürlich auch... Die ganze Zeit in diesem Lüftungssach, ne? Der so ein Jahrhundert lang geht. Okay, ich bin hier in diesen... Ich bin in diesen blockierten Raum, ne? Das Geilste ist, ich werde immer von... Komm mal her, komm zurück, komm zurück, komm zurück. In welchem Raum bist du denn? Ja, da, wo da stand, die... The door won't open. Okay, also in diesem... Okay, warte mal. Verwalt dich. Ja, ich bin da eh nicht hochgekommen. Ich weiß nicht, was... Äh... Hier. Bin hier aus dem Lüftungsschachtum rausgekommen. Da war so ein Wagen dahinter. Man musste erst mal diesen Strom aktivieren. Komm, jetzt. Okay. Komm. Dann wird die Tür gepowert. Ja, Mann. Ja, wir kommen zu... E-Strange, der Fake. Fake, Ron. Also, geht's auch. Geil. So. Ja, ein Fahrstuhl. Wie ich in jedem Horrorspiel kann wetten, ich wette mit dir. Um keine Ahnung wie viel, dass der abstürzt. Oder er bleibt stecken und wir müssen irgendwo, weiß ich wo, rausklettern. Dembei trinke ich mal was, damit ich nicht komplett verdurste. Äh, ich hab's gewusst. Ja. Natürlich. Und dahinter ist natürlich der Albtraum jetzt. Äh, ja. Kannst du es nur noch ein Stückchen aufdrehen? Ja, kann ich es irgendwie jetzt aufdrücken? Das ist ja immer nice. Jetzt fallen wir gleich runter. Mach auf. Ja, ich glaub, wir fallen auch gleich runter. Da kommt irgend so ein Vierer her. Ja. Hab ich es dir gesagt? Nee, der fallt nicht runter. Der geht nur langsam nach unten. Der ist ein bisschen alt, ne? Das ist ganz, ganz normal. Auch das Geräusch ist ganz normal, wenn das so piept. Ja. Ey, guck mal, du fliegst bei mir ein bisschen rum. Ja, bei... Ja. War klar. Die ganze Arbeit umsonst, weißt du? Hätt ich einfach gleich das aufgetreten und dann nach unten getreten. Ach, das ist scheiße. Ich find's aber schön, dass das hier wenigstens länger geht. Alter. Pfff. Der Kleine. Dr. Kleiner wurde gestorben. Nein, wurde gestorben. Wurde gestorben, ja. Dr. Kleiner wurde gestorben. Ja, great by... Das war jetzt auf jeden Fall das Ende, dass Dr. Kleiner gestorben ist. Ja, okay. Ich glaub, den dritten Part gab's nicht mehr, oder? Nee, müssen wir irgendwas... Warten. Ja, okay, dann... Das war ganz cool. Ja, okay, das war The Running Man, Chapter 1 bis 2. Ja. Bis zur nächsten Folge und... Tschüssi.